Wohlkommst mit dem zweiten Lied auf diesen Kanal. Mein kleiner Bruder und sein bester Freund haben mich und mein besten Kumpel zu einer Fußball-Challenge rausgefordert. die sagen seit Monaten, die sind besser als wir und reden viel und das geht es nicht mehr weiter, wir müssen aufs Feld, das jetzt endlich klären und ja, ich hoffe das wird ein lustiges Video, ich hoffe ihr werdet viel Spaß haben, ich hoffe ihr werdet viel Spaß haben und dann würde ich sagen, schnacken, wenn ich es früher mache und es fertig. So Freunde, wir sind jetzt fertig, wir machen uns auf den Weg jetzt, unser Outfit aus. Wir sind heute keine Freunde, wir fahren jetzt noch zusammen da hin, das ist alles cool, wir können Musik hören, wir können reden und so, sobald wir das Feld betreten, vorbei, vorbei. Ihr seht, ich mache keine halben Sachen, ich habe mir Booster vorbereitet, noch eine Möhre Leute, bringt Power und dann wird er sehen. Einmal im Leben ist dieser Mann pünktlicher als wir, einmal im Leben ist der pünktlich, und jetzt beschwert er sich. Halbe Stunde später kommt auch mal mein Team mit Pünktlichkeit und seine Stärke. Was sagen Sie zu Ihrem Verteidigung? So Leute, wir haben jetzt alle beisammen und jetzt kommt eine kleine Spielervorstellung. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die 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 ZDF für funk, 2017 Gelb! Oh, schön nach Tatsch Oh, der war männerschön Der war im 16er Der war im 16er Der war im 16er Wie ein Nick Der war im 16er Der ist in den 15er Der ist in den 16er Bei dem 16er Die ZDF für funk, 2017 Diese ZDF für funk, 2017 Die ZDF für funk, 2017 Die ZDF für funk, 2017 Oh, der war schön, der war schön, der war schön, der war schön. Ich bin froh, dass der Mannschaft in Madrid die Champions ist in den letzten Jahren. Das ist alles gut, ich habe die Hoffnung, dass das dieses Jahr ist in der Portugal-Selechung. Der macht ja nicht. Bruno! Genial, zwei, 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 zwei. jeder schießt jeweils 12 meter der zählt ein punkt danach zwei schüsse vom 16er zählt jeweils zwei punkte und dann noch mal so von 20 meter aber ich würde sagen los geht's ja war richtig oder bruno ist killer elfmeter wenn ich ehrlich leute elfmeter der taubart ist heute heiß ja wichtig egal wichtig zwei nach dem video aber taubart ist richtig heiß schade nach moskwa moskau bruder er sagt gibt so eine stadt und der zweiter nach moskwa kann man mit einer sagen was sich von autos leute weißrote schuhe rotweiße sollten dira so ist Oh, ich tippe! Nur mal Pech, nur mal Pech, jo. Ja, stabil. Ey, ich hör, ich bin so ernst gerade. Ich bin doch gar nicht ernst, das ist das Problem. Ich bin nur noch mal unernst gerade die ganze Zeit. Oder wenn du dich anguckst, du kriegst die Angst. Dann können wir lächeln, wenn ich dich ganz anders lache. Wir lachen, Bruder von Modernus. Bruno, bitte! Es geht schon um die Rehre zu. Warte, mit 2 jetzt, ne? Krass! Oh, man! Oh, man! Oh! Oh! Bruder, der frisst! Du bist unter Druck. Ich hab keinen Druck, aber mein Arsch hat Druck, Digga. Bruder, mit Welt 1. Ja! Bruder, deren Arschbacken zittert. Zittert, Leute! Ich hab Arsch mit dem, Bruder. Ich komm. Der DIN ist vorbei, Digga. Ja, aber war eine gute Runde. Er macht keinen Elfer rein! Ihr habt eben nichts zu verlieren gerade. Ihr seid gerade, ihr seid gerade, ihr seid gerade in einem tiefen schwarzen Loch von Punkte her. Im Endeffekt, Bruder, du hast nichts zu verlieren, ja? Kein Druck. Ich freue mich auf Schamels Arsch, ne? Auf seine Arschbacken. Ja, normal, Digga. Oha, nicht schlecht. Wichtig für die Psyche. Guck den Tor noch mal an. Guck ihn mal an, Digga. Bruno, guck ihn dreckig an, Bruder. Ja! Brunos Lächeln hat alles gesagt. Jetzt 2 von 16. Kann er nicht, Bro. Kann er nicht. Mit dem hat er noch seine Probleme. Schade, guter Abstoß. Guter Diago. Schade, auch guter Abstoß. Warte, warte, warte. Was gibt's da zu sagen, Bruder? Was ist das für ein Team-Made, ja? Ui, Bruno! Bruno! Bruno, hat das aus der Leine gesagt. Das ist Ronaldo! Damit man noch mal ein paar Punkte holen kann. 5-Shot. Und ich denke, ich kann es dir hin. Klar, fang ab. Ching, shang, shang. Du siehst doch die ganzen Schäden! Fangen mal an. Die sind so dumm, Digga. Man fängt nie an, man fängt nie an. Sag nichts gegen meine Cam. Die müssen euch straffen jetzt. Die Arme drückt Leute, die müssen ausgleichen. Kriegst du ein 1 gegen 1 von Bruno? Ja, jetzt ein schönes 1 gegen 1. Warum rennst du wie so ein Hase? Weißt du, wie du hoppelst? Wie er hoppelt und hoppelt und hoppelt. Ui! Pass auf, Nitz! Geh weg! Machst du 100%! Du hast ein dickes Problem, Bruder! Ich geh auch 100%! Alter, Nitz heute kalt! Pfff! Ist so, Bruder. Nächster, ne? Ist das passiert? Passiert, egal. Wir haben noch einen Puffer. Digga, dafür machst du den super weg, Digga. Der ist bei denen aber gar nicht so schwach. Guter Touch. Oh, hält Bruno überragend. Er hat den Zug genommen. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, Bruder! Oh mein Gott, Bruder! Was macht er da? Er macht diesen Fax, Bruder! Er macht diesen Fax! Mach! Ah, weiter! Das ist ein privates Duell, Bruder! Das ist ein privates Duell, Bruder! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hey, das war's! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! So mein Gott! Ich bin doch eh verlaut, lo! Nein, das ist ein privates Duell! Nein, der ist ein privates Duell! Ich bin doch eh verlaut, lo! Ich bin doch eh verlaut, lo! Du! So, Leute! Wir haben die Challenge auf jeden Fall, keine Ahnung, mit mindestens drei Tonnen Abstand gewonnen. Das heißt, wir kriegen jetzt drei A-A-Schüsse jeweils von uns. Und ja, hoffen wir, dass wir da ein paar gute Dinger reinklatschen, ne? Was wollen wir machen? Machen wir langsam. Juliano. Er redet zu viel, ne? So ist doch genau Mitte, wenn ihr euch da beide hinstellt. Ja, 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 komm, mach den Dance. Richtig. Chamel, was machst du da? Oh, der wäre gescheppert, Bruder. Bevor ich mit meinem Bruder gehe, will ich auf jeden Fall Chamel einen reintreten, damit er mit diesem Kopf gegen Netz knackt. Weil du so viel redest. Weil du so viel redest. Weil du so viel redest. Und schummelst. Schummler werden bestraft. So Leute, das war's mit der Challenge. Ich würde eine Revanche geben. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Follow da. Mein Bruder hat auch ein Video hochgeladen. Wir haben zwei Teile, einen auf meinem Kanal. Die Jungs sind alle markiert und verlinkt. Bei 250 Likes, Leute, bringen wir direkt den zweiten Teil, ohne viel zu reden. Und wir nehmen die einfach nochmal hoch. Mit Bruno. Ciao, ciao Leute.